Ein Produzent aus Illinois ruft zur Zeit 8000 Hartrockner zurück, weil die Gefahr eines tödlichen Kurzschluss... Informierte Kreise sprechen davon, dass diese Atomexplosion 50 bis 100 mal stärker war als die in Hiroshima, Japan. Laut ersten Berechnungen wird der nukleare Fallout in einem Umkreis... Es war eine SS-18 mit 10 Sprengkürzen! Einer ist detoniert! Acht haben Sie! Und das bedeutet, einer ist verschwunden! Er ist mit der Bombe entkommen! Eine Massenvernichtungswaffe ist auf dem Weg in die Vereinigten Staaten. Sie sind hier nicht mehr in Washington! Sie befinden sich in der Realität! Ich habe keine Angst vor dem Mann, der 10 Atomsprengkraft haben will, könne. Ich habe Angst vor dem Mann, der nur einen haben will. Abonnieren! NDR 2021 Bist du DW Bist du DW Einer der Falle aus dem Mann, Dswiss Abonnieren! Untertitelung des ZDF, 2020